Willkommen zu einem neuen Tipp-Video von Pokémon Mystery Dungeon Retter Team DX. Heute geht es um das Talent EP-Schub. EP-Schub erhöht die Anzahl der Erfahrungspunkte aller Teammitglieder, aber auch von den Pokémon in den Camps. Die Frage stellt sich jetzt, bekommt man doppelt so viele EP, wenn man zwei Pokémon mit dem Talent EP-Schub hat? Die Antwort lautet Nein. Sobald ihr ein Pokémon im Team habt, welches EP-Schub habt, bekommt ihr schon die doppelte Anzahl an Erfahrung. Ein zweites Pokémon mit dem Talent EP-Schub verdoppelt diese nicht nochmal extra.